Es folgt ein episches Intro Schaltes Bett Zurück Bettverhältnis... Achso! Cool! Bettverhältnis... Bettverhältnis... Achso, ah, 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 okay. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, was es bedeuten soll. Ich glaube, ich klinge nicht zu erkältet, weil ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es ist jetzt auch nicht zu laut wie die Musik. Ich glaube, ich habe weit genug runtergefallen. Ist sowas drin? So, der... So, der... So, der... So, der... So, der... Okay. Wir müssen halt aufpassen, ob, äh... Ach, die sind noch gar nicht fertig! Ach, so, junge Dame, wir waren alles noch zu müde, um weiterzumachen. Ich glaube, warum ich hier noch nicht? Haben sie zu verschieben? Keine Ahnung, ich habe sie aufs Filmstatt geschickt, weil sie ja nicht so was probiert werden. Er ist nicht so gut. Das ist nur ansprichend, aber... Wagen wir uns hier noch nicht. Mal, wirst du hier noch an? Das ist immer noch ein bisschen, wenn du hier noch anstattest. Ich habe wie, was du hier noch anstattest. Wagen wir daher. Wagen wir nicht. Wagen und Advent. Was ist denn da drin? Oh, den schönen, den schönsichtigen. Ach, ich tu mir so schwer den Namen hier immer zu lesen. Gut, nein, das sollst du essen. Sollst du nicht nur angucken. Was kochen und nichts essen wollen wir dann auch. Klar, das ist müde aber. Hm, wie sieht das Haus eigentlich von hinten aus? Okay, habe ich genug Fenster gemacht. Das ist ja auch so eins. Oh, okay, okay. Wo mache ich das denn mit? Post eins. Damit. Ups. Und den mache ich wieder zurück. Ah, mit Ende. Okay, pass. Ach, dafür stand Ende. Okay. Sie geht jetzt... Ach so. Ach, sie wollte den... Wollte sie gerade hier für Recht und Ordnung sorgen. Aber warum bricht sie das? Na gut, wahrscheinlich weil mein Wort gesetzt sein soll, ne? Ja. Mach auf Aussehen, Ändern und Regen. Aufbrezeln. Können wir auch mal machen. Lassen wir noch gar nicht. Oh, es steht ein bisschen Pfeilschrubb. Schön den Arm schrubben. Sieht auch sehr lustig an. Oh, sie packt sich durch die Brust, um den Haushalt zu machen. Das ist, äh, Engagement mit vollem Einsatz hier. Voller Einsatz im Haushalt. Das machen wir aus, weil... Sie schlafen ja jetzt. Gute Nacht, Familie. Ja. Als erstes wird sie aufstehen, weil ich sie als erstes ins Bett geschickt habe. Und dann... ...wird sie wahrscheinlich erstmal duschen müssen. Vielleicht was essen. Ich bin noch ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Und dann... ...wird sie Hausaufgaben machen, genau. So, grad mal kurz Nase geputzt. Okay, sie könnte auf... Sie ist immer so faul, deshalb... ...deshalb steht sie nie von alleine auf. So, dahin... ...Handrang ist gar nicht so schlimm. Hui, Jenny ist scheinbar... ...es Bein aufgestanden. ...macht dich be... ...macht dich auf rebellisches Verhalten gefasst. Uh, was hat sie denn? Sie hat... ...gut ausgeruht ist sie wenigstens. Sie ist einsam, auch wegen sozial, ne. Hungrig. Ich glaube, das Problem ist, als sie letztens mit ihnen hier unterwegs war, ...dass sie nicht ihr Alter sind. Na gut, ich werde hier jetzt gerade keinen in ihrem Alter finden, ne. Vielleicht sollten wir sie dann am Wochenende mal... ...losschicken. Na ja, wie sieht's bei dir aus? Fast... fast ausgeruht. Aha, aha. Spanner. Hm, 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 hm. So, Zeitungen kommen und die Uhrzeit noch nicht. Habe ich die Pflanze dahingestellt? Wollen wir damit machen? Betrachten! Ich betrachte auch gerne in meiner Freizeit Pflanzen. Hygiene, Hunger. Savier doch mal aus. Äh, nicht servieren, äh, ne, nicht mal... Ach, sie macht die Hausaufgaben. Na gut, dann, äh, muss... ...Maya jetzt an den Herd. Frühstück servieren. Waffeln. Hm... Ihr sozial geht auch unterf anybody könnte sie ja mal zu... ...meinem anderen Haus halt gehen. Hm, hm. Hm, hm. Was ist das denn? Ist ja was kaputt. Duschen. Okay, da ist einfach nur ne Pfütze. Auffischen nachher. Aber es heißt einfach nur ne Pfütze. Aber auf jeden Fall nichts kaputt. Das war mein Hauptgedanke eigentlich. Mutter, Tochter. So, was macht sie jetzt? Sie macht Reste von Waffeln essen. Nein, dann kannst du das ja jetzt machen. Putze aufwischen. Was? Hier hinjoggen oder was? Hat sie gerade gerülpst? Ich habe irgendwie so einen Ton wie Rülpsen gehört. Aber kann mich auch verhört haben. Ähm, 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 ähm. Mann. Verdammt. Kurz gehustet. So, sie kann säubern. Hälfte deiner Mutter mal. Kann ja nicht immer alles für dich machen. Sie hat Hunger. Haarendrang. Dann kann sie danach mal benutzen. Und erzieht dann und spült dann auch hoffentlich. Nicht so wie die letzten Male. Die Soziale geht auch runter. Sie könnte nachher mal mit Bernhard sprechen, solange sie noch keinen Beruf hat. Na, jetzt guck sie wieder trotzdem an den Backofen. Was? Sie hat Hunger. Achso. Kommt in etwa einer Stunde. Oh. Eine Stunde. Um acht. Ich hoffe mal, dass das Essen... Oh, Quatsch. Komm, jetzt mach Waffeln fertig und du nimmst dir einen Teller. Nein. Da. Äh, Teller nehmen. Maya nimmt sich auch einen... Teller. Mit dem Zustand hat's denn normal. Gut, das Radio einschalten war doch eine ganz gute Idee. Was haben wir? Pop. Oh, dann lassen wir das mal. Ah, hier Mutter... Mutter, Tochter am Esstisch. Sie sich nur... Also, das ist also aus, als ob sie sich nur eine kleine Portion genommen hat. Da halten sich also übers Schreiben. Ne, ne, ne. Sharkoon. Glocken. Über Glockenschreiben. Entschuldigung, ich kann gerade keinen richtigen Dialog gründen. Gartenarbeit? Ich kann keine Frauenstimmen machen, ist das Problem. Okay. Schulbus, wie lange wartet der? Ah, okay, sie ist fertig. Sie geht jetzt. Das heißt, Maya wird jetzt... Fremdliches Geschirr spüren. Dann ziehen wir das hier schon mal in den Kühlschrank. Danach. Und wechseln. Badekleidung natürlich nicht. Armutkleidung wäre auch falsch. Das hier. Alle. Alter. Ja, Alter. Hier können auch mehrere... Okay. Dann können wir das ja mal machen. Und hier. Was ist das auch Brez? Oder macht ihr jetzt was anderes? Ah, ne, das ist ja hier. Outfit-Plan. Machen wir eben mal was Schickes auch. Zweites Alltags-Outfit, oder? Ich stelle einen Haushalt, wird geöffnet. Alltags-Outfit-Plan. Hallo. Alltagskleidung. Hier können wir, glaube ich, einen hinzufügen, ne? Ja. Warum ich den Badem... Achso. Ah, okay. Eins, zwei. Ich dachte, was soll das? Aber okay. Willi, ist so etwas still. Ups. Ne, sowas nicht. Ne, ne, ne. Das auch nicht. Ich denke nicht. Ein Pulli. Naja, so. Ey. Sieht so Piratin-mäßig aus. Aber echt? Outfits haben wir hier sogar. Das sind ja alles Kleider. Ich kann hier so ein T-Shirt nehmen. Das ist ja jetzt. Einfach ein Top. Ich kann hier so ein T-Shirt nehmen. Ich kann hier auch mit Stepp fest. Ne, das ist nicht alles so schön. Das ist ja so was. Oh, ich bin mir unsicher. Ich kann hier so was ganz einfaches. Ist doch schick aus. Sie hat eine andere Hose. Jeans einfach, würde ich sagen. So was. Ich weiß, dass es keine Jeans, aber... Näh, näh, näh. Ah, ne, ne, ne. Ah, ne, ne. Ja, die Maja weiß, was aussieht hier. So. Schuhe. Da passen die Schuhe eigentlich schon, weil sie so farblich... Das passt ja alles nicht. Das passt ja alles nicht. Das sieht auch nicht aus. Stiefe passen da auch. Oh, das ist ja keine Stiefe. Doch, das hat was, oder? 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 Ah, was ist denn los mit mir? Hat sie Ohrringe? Ihr kriegt voll die Handschuhe. Ne, okay, das ist okay so. Das nehmen wir sie. Speichert, er speichert. Und er bringt uns zurück ins Spiel. Und da... Okay. Jetzt müssen wir das nur noch anziehen. Outfit wechseln. Alltag... Muss jetzt Alltag 1 hin? Ach, weil sie Alltag 1 anhat, äh... Das ergibt ja Sinn. Okay, und was machen wir dann jetzt? Ähm... Die Bibliothek. Ist das das hier? Was ist denn das hier? Grußkarten, Foto machen, Malereiunterricht... Okay, dann... Das ist keine Bibliothek. Was ist das hier? Bücher kaufen. Ahhhh... Aber wie soll sie denn da hinfahren? Wir bräuchten irgendwas zu fahren. Hier hingehen, hier hingehen, hier hingehen, joggen. Ne, okay, machen wir das so. Vielleicht können wir unterwegs da noch irgendwen antreffen. Ui, wer ist das denn da? Ach, der Zeitungsjunge. Okay, da können wir dann nachher auch einen Job holen, ne? Es fahren so wenig andere Autos rum, oder? Ne, eben waren meine Autos vorbeigefallen. So. Vielleicht wird doch bestimmt ein Menü aufploppen, was wir kaufen wollen. Genau, was wollen wir denn kaufen? Ähm, mhm, 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 mhm... Ähm... Kochen, Band 1. Objekt kaufen. Damit haben wir das gemacht und das gemacht, genau. Das können wir... Das können wir... Ui, ui, da geht grad die... FPS-Zahl runter. Oh, oh! Oh. Ich hoffe, das wird... Das ruckelt jetzt nicht gerade in der Aufnahme. Was ist das denn hier? Ist das denn hier? Nö. Was machen wir denn? Einen Moment. Wieder kurz Nase geputzt. Ähm, 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 ähm... Wo ist denn... Alter hier in der Stadt geht die... FPS-Zeit sehr hoch... Äh, sehr runter, meine ich. Ähm... Ist der Bernhard hier irgendwo? Der war doch immer hier... Da, wo es was zu essen gab. Ich hab... Hab's denn was zu essen hier? Genau, hier. Hier stand da sonst immer rum. Kann ich den finden? König der Bernhard als Freund kommen, den mag doch keiner. Wer mag schon den Bernhard? Hier, wir können uns... Wie heißt du denn, junge Dame? Selin Scholle. Barsch begrüßen oder freund... Wir machen freundlich. Und... Los. Gut, die wartet. Wo ist unsere Maya? Die müsste da hinten ja jetzt gerade angelaufen kommen. Warte, 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 warte! Ich will mit dir reden, will mit dir reden! Los, 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 los! Zuzul! Ah, chill ab! Ich mag malen! Wo malen? Malen, schön... Ach, äh, ich muss ihnen ja... Sprechthemen geben, ich dachte so... Ja... Ähm... Gemein, natürlich. Ähm... Kennenlernen... Freundlich... Maya... Maya ist von Natur aus freundlich, und es fällt ihr leicht, neue Freundschaften zu schließen. Fahre mit der Maus über hier. Ähm... Über Familie reden... Plaudern... Nach Karriere fragen... Ähm... Kennenlernen... Über Buch reden... Über Gartenarbeit reden... Tratschen... Und mehr kennenlernen. Kennenlernen ist immer gut. Ich mag Blumen! Gartenarbeit, ist super! Ach... Ähm... Ich hab keine hohen Stimmen... Rum pflanzen und so... Samen und so... Ja... In die Erde rein... Dann wachsen da ganz schöne Pflänzchen... Oder Gemüse... Müsse oder Obst... Ne... Obst nicht... Samen... Samen sind der Weg zum Erfolg... Und eine Schaufel. Eine gute Schaufel ist halbe Miete. Was ist das denn? Warte, 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 warte. Was? Wer oder was? Feuer McI... äh, Fiona McIrish? Gott! Ist die... Sieht aus, als ob sie auf geheimen Ermittlungen wäre. Was machen die? Wo, 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 wo gehst du? Nicht dein Ernst. Nicht dein... Ich muss die jetzt aufs Klo. Dann gehen wir aufs Klo. Die hat noch Schule. Hier, äh... Hart arbeiten. Ich weiß auch, dass ein paar... Die öffentlichen... Na gut, das... In Amerika gibt's das wirklich so... Überall öffentliche Toiletten, aber hier... Für Deutschland ist es halt unüblich, dass in einem Park wirklich so... Schöne öffentliche Toiletten sind. Ich nehm hier die eine Tante hin. Ist die... Ist die gegangen? Alter, 24 FPS. So, da ist... Der ist... Ist das... Vielen Dank.